hallo leute und herzlich willkommen zu gary's mod sandbox mit dabei ist heute der lavas hallöchen und meine wenigkeit der von und zu werner von tudustetten dingens kirchen tralala ich bin eine taube in einem haufen tauben und der liebe lavas hat mir hier den bus vorbereitet und ja wo bist du überhaupt ist ja nicht so dass ich oh mein oh mein gott das hast du an die rakete lang gemacht die ist groß das ding einfach ist heavy ich hab gar nix dran gemacht weil die so verwirrend geflogen ist die hab ich gezähne das reicht schon okay leute erste folge neue staffel was machen wir heute oh gott da kommt die nächste nicht in meinen taubenhaufen rein ich komme immer weg steckt fest okay ja das dafür hat die menschheit auch verständnis so ich mach dir mal die tür auf aber das ist echt nett was kostet die ne busfahrt ja dein leben was hast du hast du hast meine reifen ab oder was kannst du dich auch hinsetzen übrigens das funktioniert echt ja ich setze mich vorne zum busfahrer da sitzen die alten frauen im echten bus die labern den busfahrer und das ist dann was beim arzt der fruch am arsch gefunden und er und er sagt er zeigt dann immer auf das schild bitte nicht mit dem fahrer sprechen und ja ja schönes schild auf schauer ist da tut mir leid und zwei minuten später aber wissen sie warum man die stecke im bordstand fest ich muss genau bitte nicht bitte nicht im bus ja ist doch ja ist doch gut ist doch gut ist doch gut ich muss eh von das tor auch machen also liebe zuschauer heute zeigen wir euch mal die map und haben auch schon eine tolle idee am start ich weiß nur noch nicht wo wir diese idee ausüben werden ob innerhalb oder außerhalb dieses auf der map werden jetzt oft spielen weil ich habe mich auch in die map verliebt dass ich habe gerade ich bin mit dem bus gedriftet du kannst du bist ja auch flash stimmt das sind ja die leute noch gar nicht ich bin ich habe nämlich flash skin und flash ist so ein schlechter superheld der braucht jetzt eine eigene serie auf pro 7 und radio und fernsehwerbung um bekannt zu werden der fährt jetzt der läuft nicht mehr der ist jetzt busfahrer genau der schnelle busfahrer auf pro 7 seht ihr da nur noch wie er bus fährt also nicht hinzu das gebäude hier ist die die bauwelt und hier haben wir so ein bisschen rennstrecke ja so eine rennstrecke da hat der lavas auch schon oh gott komm ich doch hoch jawohl da hat der lavas auch schon die idee die wir aber noch für uns behalten werden weil so ist klar genau ich überlege gerade kleiner see unsere quest wo werden wir die ausüben ich meine die strecke auch ganz lustig naja also mal noch nicht spoilern ich wollte da unten lang fahren eigentlich nicht also du solltest echt bei pro 7 bleiben muss man das ist ja ich spiele halt wieder den busfahr simulator dann zum training ja also jetzt finde ich so cool dass das hier mit dem bus funktioniert mit den türen ja die türen die sitze das ist ein geiles teil ja hier rechts ist so eine schöne pyramide genau kann man da nicht rein ich glaube nur drauf da haben ja schon mal angeguckt aber ich glaube wir sollten eh in der mitte bleiben einfach weil das eine schönere kulisse ist das vermag wohl zu stimmen alter hätte hör doch mal auf sich zu drehen mit der pyramide so gehen wir für zwei dank jetzt gibt es wieder ein strike oh mein gott mit der pyramide kann man bestimmt auch irgendwas lustiges machen ich fühle mich wie ein ich fahr bus da sitzt bitte steigen sie nicht während der fahrt aus bitte halten sie die gurte geschlossen und hören sie das atmen auf deswegen das wollte ich gerade ja aber das verstärkt noch mein daisy gefühl weil wenn man während der fahrt aussteigt in der sie stirbt man auch immer oder wenn überhaupt was in der sie macht stirbt man wenn sie startet stirbt man alles klar ich komme wieder zurückgefahren machst du mir die tür auf ist schon offen natürlich ohne scheiß das sah gerade so geil aus wie du langsam auf die tür aufs tor zu fährst das geht zu und jetzt quetsch ich mich mal ein jetzt machen jetzt will ich sehen was mit dem bus passiert aber lass mich vorher aussteigen ich habe auch noch effekte wo sind die effekte hier kleine am geilsten sind immer noch die fontaine hier kleine effekte da guck dir diesen spektakulären hä wo geht er nicht ah jetzt er oh wow wahnsinn oh mein gott da ist eine pompe oh mein gott aber der bus steckt zumindest ja alles klar so oh leu machen wir aufräumen hier sauber machen so lead wechseln wir auch ist zwar ein cooles lead aber darf ich schon mal das fahrzeug zeigen mit dem wir hier arbeiten ja stell es doch schon mal her ich werde schon mal die ist das ein verraten ich will ich will eine andere farbe ich will eine andere farbe ich will eine andere farbe bestimmt gibt es ja nur in rot ach quatsch du hast das garris mod hier bam hä garris mod ich dachte ich bin der ist eh ich bin doch gestorben weil du kriegst auch einen anderen kick wie hegel geht ja gar nicht ja man kann sogar locken what the fuck wenn du c drückst lol du hast ein grünes grünes mal die farbe nein hallo die ist viel zu maskulin für mich die farbe jetzt sind sie alle grau also der eine kriegt rot der andere ist eigentlich gelb machen warum gelb ja 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 stimmt eigentlich stil echt also ist einer gelb ich versuche mal das perfekte jung heinrich gelb zu erwischen das ist ein bisschen mehr als orange ne jetzt ist er unsichtbar ich habe vergessen die transparenz hoch und das ist geil guck mal das soll ich nein 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 guck dir das gelb an das ist dieses gelb dieses das ist doch schon verwaschen hallo wir können uns keine neuen autos leisten okay nichtsdestotrotz ist meiner dann rot und dein kopf ist zu groß für den stapler das sieht sehr unbequem aus ich bin wenn da das gibt es mit r geht es übrigens runter und ich glaube mit e kann man das da aus wo waren das mit dem aufnehmen halt linke maustaste wenn es dann macht das was aufgegabelt nein ge weg also leute stapler challenge hier für zwei logistiker wie hoch geht denn der stapler ist das alles ja ich bin ein bisschen lächerlich das ist echt ein bisschen low das ist ja erstmal gerade das erste regal na gut egal geh mal deine ausgangsposition die ich noch nicht kennen die ist da da wo ich gerade siehst du das da wo ich so hin möchte okay und das ganze ist natürlich ich glaube du brauchst hilfe das ganze geht natürlich auf zeit also was heißt auf zeit auf wärst du erst fertig wir stehen uns gegenüber sagen willst du wirklich zeit machen wir stehen uns gegenüber und jeder kriegt von anfang erst mal drei kisten und muss diese übereinander stapeln ja das klingt viel einfacher ist eigentlich so ist natürlich auch zu einfach wenn die so habe das übrigens noch nie gemacht ja weg kriegst du hast auch habe ich schlagt darauf darf vorher auch nicht trainieren weißt du doch gar nicht doch das ist doch alles live und nicht gestellt natürlich jeder ist klar also ich habe meine auch sehr versetzt na gut ey ey eine kiste noch hier also leute die challenge ist die kisten übereinander zu stapeln wenn eine runter fällt ist nicht schlimm muss man noch mal draufsetzen und wenn eine kaputt geht der mit seinen scheiß raketen wenn eine kaputt geht darf man sich von mir aus eine neue spawn aber gewonnen wird ich sagen weil dann ist ja kaputt ja ja dann verlierst deine oh mein gott verlierst halt deine lizenz richtig ähm ziel ist es drei kisten ein drei atom erstellt zu haben und wenn beide gleichzeitig fertig sein sollten habe ich gewonnen jetzt sieht man übrigens hier der flash mit den dicken muckis ich überlege gerade ob ich im first person oder third person fahren soll ja komm aber fairness du auch ja 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 klar und macht der licht aus das ist ungünstig meine musik ist zu laut auf geht's bist du bereit bereit war ich noch nie dann geht's los so ich ich sehe mal die gabeln gar nicht doll ich bin aus denen raus aber welche kiste ist die gar nicht scheiß nicht ich sehe da sieht man ja gar nichts im first person die ist wieder abgesprungen nein was macht meine ich habe keine trau ich hatte ja ich bin es man sieht halt echt nicht wie im echten leben ja im echten leben da kannst du wenigstens ein bisschen räumlich sehen das geht hier halt nicht ja ja habe ich die jetzt ich sehe es nicht nein hier ist dahinter gefallen ich glaube es nicht ja aber die letzte die kriegt da bestimmt nicht drauf oh gott oh gott oh gott nein er gewinnt oh scheiße falsche taste nein meine ich das ist ja bescheuert meine ich habe gewonnen hä nein hast du gar nicht guck mal die kisten fallen da und runter ich habe gewonnen ganz eindeutig wenn ich jetzt reinigung schafften kann ich diesen zwei atomen hochheben wieso kann ich dich nicht hochheben ja weil ich bin spender bin spender organ spender 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 fähig organ spender fähig organbänder alles klar erster runde geht an mich schafft man jetzt habe ich jetzt will ich was ausprobieren hab ich dich eindeutig gewinnen lassen absolut wenn ich jetzt geh mal er weg du grüner lulatsch Wenn ich da jetzt zwei hab, kann ich diesen Zwei-Atom hoch... Kann ich da diesen Zwei-Atom hochnehmen, ohne dass mir da groß was passiert? Nein. Halt's Maul. Loool. Ja, ja, mach doch. Mach doch, mach doch. Loool. Och nein, ich schwere die Pistole. Nein. Ich schau grad, was mir da... Ohoho. Wuiiii. Loool. Willst du ihn wieder haben? Ziel schießen mit dem Stapler. So, okay. Jetzt nochmal zurück zu Luke. Wo war denn der Stapler? Hier. Ich will nur testen, ob es möglich ist, so einen Zweier-Atom aufzunehmen, ohne dass der halt auseinanderfällt. Eins, zwei. Ich geb dir das mit Wunderkerzen. Aber das ist nur... Na gut, solange es nur eine Wunderkerze ist, ist alles in Ordnung. Warte, ich lege eine drauf, damit's... Maaan! Du alter Fisch-Wichskopf. Mach dich platt, Junge! So, verrückte Mongo. Warte, ich leg die wieder drüber. So, geht doch. Was willst du nur? So. Ähm... Hat das jetzt gekla... Nee. Hat nicht geklappt. Jetzt aber. Ähm... Ja, doch. Loool! Doch! Funktioniert irgendwie nicht. Wow. Okay. Alles klar, dann... Ui. Jetzt bin ich ja nochmal recht sehr ausgestiegen. Alter, die Musik! Also in Zelda sind... Manche Lieder echt... Nicht so empfehlen. Was? Loll. Es gibt sogar Sirenen. Ja. Da hab ich ja dieses Zirkusgedudel her. Nee, 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 nee. Direkt unter Firewalks. Ja, aber das sind nur... Sirenen. Es gibt halt auch noch eine Zirkussirene. Jetzt musst du es aber auch zeigen. Ah ja, das muss ich dir mal zeigen. Wenn er mich anspringt. Los, steig nicht. Hä? Warum macht das nicht mehr? Ah, jetzt. Wie das aussieht. Psychobänder. Okay, das ist mal richtig geil. Das musst du dir anschauen. Das ist mal richtig geil. Oh, ich hab grad richtig geile Ideen mit Skins. Moment, Moment. So, jetzt hab ich dich aufgefressen. Wir haben ja hier noch mehr. Ich möchte hier sowas. Ja, was so geil ist das? Ach, da ist der Blob dieser Schleim-Alien aus Dings hier. Aus 4 Drummer. Nein, das machen wir in der nächsten Folge, Leute. Wir schingen.